Also das sind die Nike Air Max Command in Neon-Grün-Schwarz. Wie man sieht, nicht allzu oft getragen, aber dennoch ein sehr schönes Modell. Ich zieh sie jetzt einfach mal an. Da der Knoten hier vorne leider nicht aufgeht, kann man nur den Schuhanzieher anziehen. Auf jeden Fall sind das sehr gemütliche Schuhe und sehr sportlich. Also Nike sind ja meistens immer gemütlich und die auch sehr. Mit den passenden Socken dazu. Alles in Neon-Grün.